Wir haben dir was verlehrt, wie man darf leben und Sünden bis ein Tag vermeiden kann. Zuerst, bis ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Zuerst, bis ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Auch armen Leute, von großem Brutelein, sich hier teilzuschneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn du sollst, bis ihr lebt der Mensch, in ihr lebt der Lech, den Menschen peinlich, als ich, 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 als ich. Denn du sollst, bis ihr lebt der Lech, den Menschen peinlich, als ich, 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 Ihr werdet uns dann nach heut die Rücke geben, wo Tiere, wo der Neue es drehen kann. Zu Hilfe, was ihr uns was zu vergessen geben, werdet ihr reden, damit fängt es an. Zu Hilfe, was ihr werdet uns dann nach heut die Rücke geben, wie ihr es immer schiebt und wie ihr es immer bricht. Es kommt das Beste, da kommt die Moral, werdet uns das Glück sein, was in der Leuchten verboten worden ist. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch? Es kommt die Moral, werdet uns das Glück sein, was ihr werdet uns dann? Vielen Dank.